bin gerade so ein kleines bisschen sprachlos ehrlich gesagt total emotional ich habe das irgendwie nicht gehabt erst sah die normal aus und dann auf einmal ja weil er wahrscheinlich um gedanken seine maria gesehen hat ja er hat sie so gesehen aber in wirklichkeit weil sie heute hat es auf deutsch gesagt nicht so ganz verkraftet wie außer total verschrumpelt auf deutsch gesagt alter okay die ist eigentlich nur verhungert so wie das aussah der schwede dass sowas das ist über so ein ding macht mich immer so ein bisschen sprachlos so was 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 sagst du jetzt jetzt kannst du ja irgendwie kein doofen spruch loslassen voll die spucke weggeblieben kreis und das bei so einem spiel also ja mal sagen oh ey bist du bescheuert du hast rb gedrückt was in der hohe wie ein gameboy oder was aber rb schießt du ja ich bin vom gameboy erschrocken ich dachte das ist ein geist oder irgendwas was haben wir jetzt hier gemacht hier oben kam er her oder doch ja doch irgendwie schon das kann ich gerade nicht darüber weg erst der typ dass ich das selber kill das machen die mit den leuten alter weil ich habe hier eine deckung ja keine ahnung irgendwie das werden wir denke ich mal herausfinden ist da phase ist hier hoch nee was hier den hebel hast du schon gedrückt für die deckung aber warum ich kann hier noch mal drücken die deckung runter ich habe meine deckung kaputt gemacht denken wir müssen da einfach gerade zu den gegen immer wieso denke ich mir einfach mal blind blind ganz blind oder weiter bitte sein können ich glaube wir haben die festung gefunden und wo ist nun die königin ich schätze in dem turm da in der mitte der ähnelt einem palast noch am meisten wann sollen wir das signal aktivieren wir müssen noch näher ran die kavallerie braucht festen boden zum landen die lifts dürfen nicht in der emulsion aufkommen los wir dringen weiter zum palast vor unter falter kommst du ja nicht so richtig drüber weg ne alter ne ich habe gerade zwei sachen am kopf einmal den riefen palast und dann das andere was du bist am scharf schützen gewährten muss bei jedem schuss nachladen kannst du aber auch jedes mal wenn du scharf schützen eingehst wo wir sind jetzt getroffen von hinten den rücken durch den kopf das gibt keine ahnung alter genau getrefft ich hab schon mal gesagt das lässt mir vorher sagen wenn du mal die brauchst jetzt will ich nicht jetzt habe ich kein düst mehr okay er springt genau in die bombe ich hab doch genau getroffen fast auch wisst ihr was fick dich ja damit dass ich nicht rechnen war die schnierung irgendwelche waffen die ich aber nicht haben will oder will ich die haben die haben nein will ich nicht haben hey was ist mit dir hallo geht doch es ist die ganze zeit immer nur kurz morgen kommen im kopf doch zu älter schalter aber hier ist auch eine türe ach so dafür brauchen wir stunden schalter hier schalter mehr wir müssen wir zum schalter was eben hinter mir nö ja wenn du so in die tür boah da war ich gerade bei der tür das wäre nicht so gut gewesen wenn du da jetzt gewesen wärst warte mal wo war die tür jetzt noch mal ganz kurz rein und ein bisschen runter er weiß noch hier oben ich glaube hier oben habe ich eine ganz gute deckung wo ist nachladen aber hier ist irgendjemand mit ja habe ich doch gesagt da ist ein flammenwerfer man du wichser alter durchgesägt mit zwar energie kostet aber scheißegal landwerfertypen brauchst du nur anschießen dann sind die irgendwie so halb im arsch ich habe mich auch drauf gekloppt alter ich habe irgendwie y gedrückt und dann habe ich den halt verkloppt echt ja stand da y drücken zum verkloppen stand da wirklich ich habe 400 noch was noch control point ja da kommt so ein vorel an der ist bei dir ne der ist bei dir der ist bei dir der ist genau hinter dir alter ja genau wo bist der du ja tot da war rechts ich war links der war links genau hinter dir hat er gestanden echt hab ich nicht gesehen genau hinter dir alter ich würde ihn platt machen geht aber nicht weil da einer von vorne geschossen hat dann habe ich gelegen und dann habe ich noch einen Schuss abgekriegt und dann war ich tot schieße du pisser ich verkloppt dich bum 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 oh 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 okay keine ahnung was du gerade getroffen warst aber oh oh ja ich sehe nichts mehr ach da ist ja noch was guck guck hebel ich habe ihm gerade die deckung ich ziehe genau drauf ich habe ihm gerade die deckung weggenommen ich habe ihm gerade die deckung weggenommen ich habe schon gesehen der stand auf einmal am freien und dann habe ich da drauf geschossen jetzt dann habe ich da drauf geschossen jetzt dann habe ich da drauf geschossen und nein war er tot ne er hat sich durch und durch geschossen und hat überhaupt keine energie abgezogen war vor uns schon mal voll drauf gezielt aber ja wo sind wir hier ich glaube da ist ende oder geht er weiter nö 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 nicht die irgendwie vorhin aus versehen ausgetauscht auch die sau sind wir bescheuert hier drinnen geht eine treppe runter such dich gerade ich bin drinnen die treppe runter ich muss aber auch schon wieder ach du scheiße alter was ist denn hier los warte mal hier ich schenke euch mal was bin der behalden weil ich daneben oh einer ohne kopf und noch einer was ist denn wenn ich jetzt so mache hier ihr könnt das ding nicht benutzen den scheiß hebel ich habe hier nur so ein kack ding hier ist hier genau drauf ok was ist irgendwas gemacht dass die da kaputt gegangen sind auch dann mal so ich war gerade im scharf schützen modus deshalb wollte ich ja die ganze zeit die deckung an machen aber doch nicht wenn ich gerade ziel so letzter schuss ich brauche diese kettensägen muni knarre die knarre ist komplett weg ich glaube noch die salzen dann hast du verschossen die knarre ist komplett dann hast du verschossen nein ich habe nur die da dann sag mal bist du blöd dann hast du verschossen du bist weg wo sollst du sonst jetzt herkriegen ich habe eine andere dafür und ich sage gerade dann hast du verschossen dann ist sie jetzt weg die gegner haben so eine waffe nicht mehr ich habe sie aus Versehen ausgetauscht sonst hätte ich ja keine andere dafür das meine ich doch mit verschossen Junge verschossen? na gut ich habe nicht gesagt du hast zu leer geschossen werden nur so erzählt du hast gesagt du hast sie verschossen ja habe ich gesagt so gesagt naja so richtig mann ja danke dass du mir die Tür von der Nase zu machst alter wer will jetzt aufpassen du bleib standhaft naja bin der mit der mega wumme ach voll ist alle platt hier hihihi 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 der ist Matsch kommts schon Die Mischung macht's. Ich zerbe die ganze Zeit wieder. Ach, mach du doch. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn der Flammenwerfer-Typ? Ne, da ist doch einer. Ne, da ist noch einer. Oh ja. Alter, was baggern die denn hier für ne Scheiß-Munnie auf uns? Urgh. Okay, jetzt ist das Ding leer. Jetzt hab ich's leer geschossen. Ja. Och, Alter. Äh. 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 Oder geht's dem gut? Zurück. Jetzt können wir immerhin Ihr Lieblings-Essen. Hä? Diese strengende Dreckschwein. Wird mal Y. Wird mal Y. Uah. Hahaha. Ach, siehst du? Puff, hab ich sie wieder. Ah, das Glück gehabt. Alter geht's euch gut. Riesend Krabier. Ah, das Kind besteht aus dem Krieg. Ex gab's hier auch alles. wohnsohn braucht dann muni besser drei schuss echt wohnung was die brücke weggerotzt wo ich schon mal hier lang gehen ja ich hab mir drei schuss noch weggeschossen ist doch bums und hier ist immer gleich müsste es doch wieder voll haben ja war ein rotes acht schuss also scharfschützengewehr der war ja einfach ich hab doch gesagt ich hab drei schüsse draufgepulst ist noch so einer über auch einfach alter immer hoch nur dass wir zu händen gucken wir hier runter cool ist da reinfallen poko poko die politik und ach schatten also tischtennis quatsch golf autorennen und hier müssen nicht mit weil ich die voll ab ach so und du brauchst muni ich schieße mit scharfschützengewehr da bin ich doch viel besser dran bei den typen jetzt habe ich wieder ein bisschen muni gekriegt neun schuss jetzt kommt auch an bei gegner maßen sieht es wieder anders aus irgendwie ist da ein schalter 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 läuft sie mit sich hinterher oder was auch nein er läuft mir hinterher was denn wie gesagt da unten schalter 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 ja dann mach mal den schalter perfekt stark wir können doch ich hab die falsche deckung genommen jup so boah komm put 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 ey die sind flink die säcke och was ganz knapp über den kopf drüber na genau hatte gerade dieselbe idee oh haben wir es geschafft ich geh mal vor ich guck mal nach ne da ist noch einer oh ouch warte der müsste eigentlich in der höhe der kopf sein hat also noch irgendwo einer ach immer bei den bl 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 sind die gegner werden weg Oh, was hier ist? Oh! Hier liegt auch Muni für Scharfschützengewehr, oder? Geh in deinem Bett. Ja. Pisser! Ach komm, hier, schenk ich dir. Arschloch. Oh! Was denn? Oh nein, jetzt kommen die Viecher wieder. Links! Links! Autsch! Ähm, Onkel. Hilfst du mir mal? Was denn? Ja, hilf mir doch mal! Ja, sag auf, ja. Hilf mir mal. Hilf mir mal. Okay. Ach, jetzt kommen die schon wieder. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Niemand wird sich zwischen uns und unsere Wäsche... Onkel! Bisschen nur... Ich schaue dir gerade auf die Fresse. Du musst doch mit dem großen Gewehr, musst du mal Y drücken bei dem Typ. Wenn er unten drücken kriecht. Na, ich mach mit dem kleinen, dann kloppe ich den zusammen. Ja, bei dem anderen macht er, äh, so ein, ja, Baseball. Ja, ich hab mein, mein Dings genommen. Meine, meine normale Kinnere. Ja. Ja, erwischt. Alter, ich hab ihn wieder genau in die Fresse geguckt. Das bin doch ich! Ach so! Hinter dir! Ich dachte nur, Alter, da kommt einer und... Ähm, ich guck ihn gerade an. Hallo! Waaah! Hilfe! Ich kann... Ich back hier rum, Alter! Mach dem mal Matsch und hilf mir! Ich hab da rumgebackt, weil die Tentakel genau in mir waren. Okay, ich muss jetzt... Ich muss jetzt an dieser Stelle mal ganz kurz Pause drücken. Äh... Oh nein, warte mal, geht noch weiter, oder? Nein! Gott, ganz schlecht. Ja, hier ist gerade wirklich schlecht. Lass uns doch mal hier hin noch mal gehen. Ich weiß ja nicht, wo wir mal hin müssen. Ach, warte mal. Hier ist die Richtung? Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Sehr ruhig! Da sind die Hebel, mach mal! Wiesste? Das war gar nicht mal so verkehrt. Muni aus. Wo sind denn die Mörser, Alter? Wo kommen die denn? Ja, vorne. Toll. Ach, er hüpft nicht drüber. Weil das hier nicht geht. Okay, jetzt. Nach Hause telefonieren. Okay, jetzt. Nach Hause telefonieren. Okay, jetzt muss ich aber an der Stelle mal Pause drücken. Muss? Mhm. Warum? Warum? Ich denke da noch jetzt schon wieder rum. Ich habe gerade gesagt, ich muss Pause drücken. Jetzt bleibst du wieder weiter. Ja, warum? Weil dann muss ich es ja auch machen. Du musst nicht Pause drücken. Wenn ich Pause drücke, pausiert das ganze Spiel. Ach so! Ja! Ich muss an dieser Stelle mal schnell Pause machen. Wir sehen uns gleich wieder. Stream lasse ich an. Aber nur die Aufnahme. Bis dahin. Bis gleich. Jo. So. J